Ja, Mann! Baby! Let's go! Nochmal! Oh, ja! Oh, oh, oh! Wuhu! Ja! Oh, Baby! Impostor! Oh, Knossi! Jetzt kommt Alge! Okay, Impostor-Simulator und der Schlüssel kommt rein und wir drehen. Zack, Task abgeschlossen. Nächste Task. FABO kann nicht vertrauen, denn FABO wird mich nicht hauen. Upload, komm. Die Dateien werden gerade hochgeladen. Deshalb... Oh! Ich würde gerne ganz kurz mit dem Seelsorger sprechen. Haben wir heute den Roleplay-Review? Warte, warte, warte. Kevin... Revi, machen wir Roleplay heute. Ich finde mich kurz ein. Er lag da. Oh, Reva, guck mal, dass er nicht sehlt ist. Okay, also... Moment, ich muss kurz ein Map ausrufen. Ähm, vor, vor, äh, 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 Office? Vor Office. Office-Lacke. Pass auf, ich möchte kurz Folgendes sagen. Ich war gerade mit Rees und Antonia. Waren wir oben rechts in den Laboratory. Ich war zusammen mit FABO unterwegs und habe die Aufgaben... Dann halt nicht. Ich erzähl nicht. Ich hab die Leiche gefunden. Ich jetzt sag gar nichts. Reapers und Chef, war die zusammen unterwegs? Äh, Lights ging aus, als ich von Laboratory nach unten bin. Ja, genau. Suspicious. Vote Kick-Chef-Strube. Okay, also die beiden. Wir müssen jetzt hier eine Entscheidung treffen, ob jetzt... Als müsste dann Kevin wissen, weil Kevin, du warst vor Rees... Ich hab Reapers nicht gesehen. Die liegt vor Office da in der Nähe. Also wenn wir jetzt... Bei der Tür, da sie direkt... Die Tür, hallo? Die Schleise zwischen Admin und Office. Da sind die erste Schleuse vor der Tür direkt. Also ich würde sagen, wir haben jetzt halt noch 40 Sekunden, Chef Strobel raus zu voten, deshalb... Warte, ich will kurz sagen, Brandon hat links unten im Müll gemacht und dann kam er richtig spät zu Leith hoch. Das heißt, theoretisch könnte kurz zu Office gelaufen sein, abgeschickt haben und... Ich will's nur sagen. Ja, okay, wir sind doch uns dücken, I guess. Aber lass mal... Lass mal Reapers und Chef Strobel im Auto halten. Vielleicht Revis Cellphone könnte auch sein. Einer muss es gewesen sein. Einer muss es gewesen sein. Cellphone könnte auch sein. Bist du dumm? Wie geht das? Danke, Revi, für die Info, dass es einer gewesen sein muss. Hier ist ein Mörder unter uns. Ich sag's, wie es ist. Hier war's. Einer von denen war's. Einer von denen ist es gewesen. Aber das ist ganz gut, das kann ich nämlich hier in meiner Aufgabe machen. Digga, was ist das denn? Oh, Baby, jetzt kommt die Alge. Diese... Das nervt mich so, diese Scheißaufgabe. Komm, einmal Teleskop gucken. Wo ist dieser blöde Planet? Wißt du das? Firefox? Nee. Scheiße, Alter. Boah, das hab ich noch nie gemacht. Was muss ich machen? Achso. Okay. War richtig, was ich gemacht hab, sag ich? Ja, ne? Richtig. Ich hab's euch gesagt. Ähm, ich war auf dem Weg gerade zum Alander hoch. Und im Grunde genommen genau vor diesem Eingang zu Nordwestern. Also links, ne? Ich kann sagen, ich war die ganze Zeit alleine. Hab erstmal den Planeten gesucht im Teleskop. Dann hab ich diese fünf Reagenzlaser bekommen. Dann stand da, you don't need to wave. Grab a coffee. Hab ich nicht verstanden. Bin wieder drangegangen. Dann hab ich's übersetzt. Heißt, ich muss nicht warten. Kam mir einen Kaffee holen. Das ist scheißegal gerade, dass you grad niemanden... Ich bin nur... Ich bin... Ah! Ganz kurz, wärst du mir hochgelaufen zu Nordwest, weil ich war kurz alleine da. Äh, also am Ende bin ich alleine da langgelaufen. Aber ich hab keinen anderen gesehen. Der Brandon und Reefed, ich sind nach links und du bist ja nach rechts. Hast du die Leiche dann nicht gesehen? Also, es könnte rein theoretisch sein, dass Fabo, den gekillt hat, dann von unter Electrical zu O2 gewendet ist und dann hochgelaufen ist zu uns Security Electrical. Weil da kam komische Laufwege in mein Ding. Und Fabo ist auch ein bisschen weirdchamp gerade, aber... Der sagt das nichts. ...ist nur eine Vermutung, es muss überhaupt nichts heißen. Also ich glaube, wir müssen skippen hier. Guck mal, Fabo verteidigt sich auch gerade 0%. Ja, ja. Ja, weil ihr redet, ich lasse euch heute ausreden, WTF. Du hast noch gar nichts gesagt. Ich weiß gar nicht, wie deine Stimme klingt. Beobachten. Also, ich bin's nicht. Nee, 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 Fabo ist ein Sticker. Das sind... Boah, Digga, Chef macht mich... Ey, ganz kurz, wir müssen unbedingt alle unsere Aufgaben machen. Wir sind richtig weit schon. Übertrieben Angst vor Chef Strubbel. Fabo, warum? Wie groß ist die Report Range? Wenn man bei Admin rausgeht, links, äh, Communications. Links unten, wo dieses... Da ist ja auch so ein Pyram... So ein Labyrinth, nicht Pyramide. Wisst ihr, was ich mein? Du meinst dieses Labyrinth-Ding. Ich weiß, was du meinst. Ja, genau. Da unter dem Ausgang von Admin liegt es. Ganz unten. S. Das ist Antonia. Das ist ein Körper. Fabo, Alter. So was würde nur ein Mörder sagen. Ich war am Ende mit Revi und Brandon oben bei Laboratorium. Ja, okay. Ich habe gerade bei... Aber Strobel ist mir so ein bisschen hinterher gesneakt, deshalb hatte ich ein bisschen Bedenken. Also ein bisschen ehrlich. Ich war oben in Third Note. Ja, stimmt, man könnte hochwenden, ne? Richtig im Laboratory. Eben. Warte, die ganze Zeit... Revi, warst du die ganze Zeit mit ihm im Laboratory? Ne, ich bin gerade erst reingesteppt. Bei diesen Tennis. Wir können jetzt zusammen Quests zu Ende machen. Bin ich ehrlich. Ich habe nur noch eine. Ich muss nur noch das Ding wieder anschalten. Also ich würde Fabo und Chef Strobel im Auto behalten. Reis ist auch nicht komplett unsussed, I guess. Aber ich habe... Also von Bauchgefühl würde ich nicht sagen, dass es Reis ist. Kevin? Brandon ist groß. Jetzt müssen wir jemanden voten, wenn er nicht war, oder? Dann voten wir, Chef. Chef voten. Boah, wie random, Alter. Tschüss, 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 tschüss. Das war ein bisschen random. Tut mir leid, Chef. Tut mir leid. Sorry. Gaming ist ein Skill. Oh mein Gott! Du! Eins in die Auge! Eins in die Auge! Eins in die Auge! Ja! LoL. Reapers hat mich gerade einfach verkauft. Wow, wayo, wayo. Yo, Boydies. Hast du neue Lobby, oder? Ich bin niemals in meinem Leben. Werde ich ein Imposter sein. Ich werde immer nur das Schiff aufräumen. Denn ich bin nur ein Crewmate. Ich werde von allen getötet. Denn ich habe nicht das Recht, an diesem Spiel so teilzunehmen, wie die anderen. Und das f*** ich ab. Blau zu blau und rot zu rot, rosa auf rosa und gelb zu gelb. Zack. Oh, first try, let's go. Oh, baby, nein. Oh, baby, jetzt kommt die Auge. In Security müsste man sicher sein. Alter. Ich war gerade in Electrical. Bevor wir über irgendwas reden, wo war die Leiche? Nee, eigentlich, wir wissen, wo die Leiche war. Ja, aber ich möchte, ich habe, das Ding ist, ich weiß ziemlich sichtbar, die Leute, die links waren. Bitte, das sagt der immer. Ähm, aber war auf jeden Fall aus der Q-Tikam. Romatra ist tot. Achso, sorry, nevermind. Ist die Leiche, Kevin? Ja, nevermind, nevermind. Ja, ja, ich dachte, das war O2. Ja, bro, vielleicht war es auch link. Also, Rezo verteidigt sich jetzt nicht unbedingt super nice. Ja, ihr geht nicht mehr, 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 ihr geht nicht mehr. Euer Commanderkrieger, sorry. Als Crewmate bin ich wirklich gut, ich bin, bin ne gute Hilfe, sag ich mal. Achtung, wir müssen die, ähm, Kabelaufgaben mag ihr am liebsten, das fordert mein Gehirn ziemlich. In Weapons ist jetzt safe jemand drinne. Ich kann nicht so flawless alle Aufgaben machen, das kann nicht sein. Ich bin auch vorbeigelaufen. Danny, mit welcher Taste er wendet, Mann? Mit welchen Buchstaben man wendet? Weiß ich doch nicht, hab ich doch gesagt. So, das Ding ist, das macht mich halt mega sass, aber ich war halt in Electrical drin, hab halt die Kabel gemacht, aber ich hab da niemanden gesehen oder so, also da kann niemand durchgewendet sein. Wenn dann, ja, macht eure Aufgaben und shit, ne. Ich hab grad ne ganze Tüte Cashewkerne gegessen, ich werd mir gleich in die Hose. Ich muss eigentlich Danny, wo? Danke, danke, Revi, das ist genau die Information, die wir gerade brauchen. Gerne, Bro. Critical Info. Ich hab legit grad irgendwie Farb-Revi gequillt hat. Nein, 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 nein. Oh mein Gott, Chef Grobel, ich war's. Warte, 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 nein, nein, nein. Alter, ist Danny dumm, Alter, ist Danny dumm. Äh, Revi, shut up, du bist tot. Okay, warte jetzt mal. Bro, Revi, warum laberst du, wenn du tot bist, du fucking reist? Es hat legit geklappt, es hat den Rewisker abgeschafft. Aber es haben ja alle gesehen, also es haben ja auch alle gesehen, das tut mir leid. Ja, war ein Versehen. Mann, ich mach das doch nicht mit Absicht, Alter, ich bin so geboren worden, hör mal auf jetzt. Leute, das ist doch ein Meme, das ist doch ein Meme. Ich bin immer Komposter, ich bin immer, immer bin ich ein Komposter. Ich bin wie ein Komposter, den füttern man oben mit Schatten und ich gammel bisschen und dann werde ich am Ende umgebracht. Komm, Reeps. Ja, Mann, Baby, let's go, Digga. Oh, yeah. Oh, oh, oh. Nochmal. Oh, ja. Oh, oh, oh. So ein geiles Game, so ein Arsch geiles Game. So ein geiles Game, so ein geiles Game, so ein geiles Game, oh das für ein, das für ein geiles Game, oh das Game geil, oh das, so ein geiles Game, zwei Stunden lang hab ich Müll gesammelt und wurde von Veganer aufgenommen, jetzt wird es deine beste Runde, komm Redi, komm, frühe ab, und jetzt bin ich offline. Bis zum nächsten Mal.